Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar möchte ich heute ein Video darüber machen, wie ich durch Haikyuu zu Volleyball gekommen bin. Ja, starten wir rein. Den letzten Anime, den ich geschaut habe vor Haikyuu war My Hero Academia, da habe ich die dritte Staffel zuletzt geguckt. Danach habe ich mit meiner Freundin zusammen auf Netflix dann halt Haikyuu angefangen. Wir haben aber nur vielleicht zehn Folgen so nebenbei geguckt, weil wir haben es auf Deutsch geguckt und wenn man was auf Deutsch geguckt, finde ich, dann achtet man vielleicht manchmal auch nicht so drauf, dann guckt man mal aufs Handy oder so und bekommt halt nicht alles mit. Genau, deswegen haben wir dann den Anime, oder habe ich erstmal den Anime pausiert. Dann habe ich mich mit meinem Kumpel unterhalten, der meinte, dass er die zwei Staffeln sofort durchgesucht hat bei Netflix und daraufhin habe ich dann ein paar Tage später die erste Staffel auch von alleine, also allein geguckt und von vorn angefangen und ich glaube die erste und zweite Staffel habe ich in zwei Tagen geschaut und die dritte Staffel habe ich dann am dritten Tag geschaut. Das waren nur die zehn Folgen auf Haikyuu. Danach war der Hype schon so riesig, darauf habe ich ihm erstmal ein Volleyball bestellt, was wahrscheinlich jeder von euch relaten können. Genau, es war einfach nur so ein Standard-Trainingsball, den jeder aus der Schule kennt. Und aktuell habe ich drei Trainingsbälle und einen originalen Matchball, der genauso aussieht wie der von Haikyuu. Und ich habe die meiner Meinung nach ähnlichsten Schuhe, die zu Hinatas Schuhen passen halt. Nach circa zwei Wochen habe ich dann auf Arbeit aus langer Weile mal geschaut, ob es in unserer Stadt, die relativ klein ist, also 25.000 Einwohner vielleicht, nach einem Volleyballverein geschaut. Und wir haben, glaube ich, zwei richtige Vereine, die halt jede Woche Ligaspiele haben. Und wir haben einen mixt Freizeitvolleyballverein, das heißt Männer, Frauen, jeden Alters können da halt mitspielen. Daraufhin habe ich dann meinen Kumpel gefragt, ob er Lust hat, da mal vorbeizuschauen und dass wir uns das mal anschauen. Im Vorhinein muss ich sagen, ich dachte, so schwer kann das ja auch nicht sein. Zuspiel ist bestimmt mega easy und Aufschläge von unten habe ich in der Schule immer richtig gut hinbekommen. Und gepunktet, ja, das wird schon nicht so schwer sein, aber es war das komplette Gegenteil. Wo man auch nochmal sagen muss, dass Schulvolleyball im Nachhinein einfach nur wack ist. Also ich bin ja in der Ausbildung gerade, da haben wir ja in der Berufsschule auch Sport, ist ja klar. Und haben da auch Volleyball gespielt und im Nachhinein, also wenn ich jetzt das Volleyball, was wir da gespielt haben und das Schulvolleyball vergleiche, sind das zwei komplett unterschiedliche Welten. Genau, unser Zuspiel war dann schon mega, mega mies schlecht beim Volleyball, also bei dem mixten Freizeitvolleyballverein. Und vor allem unsere Annahmen waren das natürlich auch. Meine Arme taten dann bestimmt noch eine Woche lang weh und hatten blaue Flecken, aber es hat echt Spaß gemacht. Und das lief halt dort so ab, wir haben eine halbe Stunde trainiert und dann zwei Stunden gespielt. Sozusagen das, was sich eigentlich jeder in seiner Sportart wünscht. Also wenn es um Spielen geht, wie Fußball, Volleyball, Basketball, das wünscht sich eigentlich jeder. Einer der krassesten Feelings war dann beim ersten Training, beim letzten Spiel war ich dann am Ende Mittelblocker, halt auf der Mittelblocker-Position vorne und hatte meinen ersten Angriff abgeblockt. Das war irgendwie, ich weiß nicht warum, also das war halt im ersten Spiel, da hat man halt das gemacht, was man halt aus Haikyuu gesehen hat. Und ich bin dann einfach hochgesprungen und hab versucht zu blocken und es hat geklappt. Und dann hat mich mein Team irgendwie so gefeiert und mein Kumpel meinte dann auch zu mir, dass der Block richtig, richtig krass war. Und ja, da hat man sich schon gefühlt wie Zuki gegen Ushiwaka. Was auch noch lustig war am ersten Tag, wir kamen dort zur Sporthalle und dann kam der Zuständige halt für den Verein auf uns zu und fragte, wie wir zu Volleyball gekommen sind. Und ich und mein Kumpel haben uns dann nur angeguckt und sagten beide, ja, Schulsport und Fernsehen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir das von Haikyuu kennen, weil der war jetzt schon ein bisschen älter und es war glaube ich komisch gewesen, dann halt dem zu erzählen, dass wir da hinkommen wegen dem Anime. Um noch dazu zu sagen, wir hatten einmal in der Woche zweieinhalb Stunden Volleyball, also immer donnerstags, ich glaube von, ich weiß gar nicht mehr die Trainingszeiten, aber auf jeden Fall zweieinhalb Stunden so circa. Auf jeden Fall abends zweieinhalb Stunden. Ja genau und es lief dann halt immer so ab, zweieinhalb Stunden Training in der Woche und dann habe ich noch selbst trainiert, beziehungsweise mit meiner Freundin trainiert, der ich dann immer zugespielt habe oder sie mir die Bälle halt hochgespielt hat, beziehungsweise hochgeworfen hat, damit ich meinen Ablauf der Spikes üben kann. Weil das Schwerste finde ich daran ist immer noch das richtige Timing zu haben, wann man loslaufen muss und dann natürlich auch der Ablauf, beziehungsweise das Abspringen mit beiden Beinen. Ich fand es irgendwie unnatürlich und bin am Anfang die ganze Zeit immer nur mit einem Bein abgesprungen, also wie man halt normal, denke ich mal, einfach hoch springt. Aktuell arbeite ich noch immer an meinem Zuspiel, meinen Aufschlägen und meinen Annahmen. Ja und was ich noch dazu sagen kann, falls ihr mit Volleyball anfangt, versucht es mit einem Kumpel, Freund, Kollegen halt anzufangen, weil ihr habt dann noch diesen Rivalitätsfaktor und ich finde, der macht ziemlich viel aus, weil man dann halt immer besser sein will als der andere, man schränkt sich noch mehr an und vor allen Dingen mein Kumpel und ich, wir spielen halt beim Volleyball meistens gegeneinander und es macht dann einfach richtig Spaß, den anderen anzustacheln und ja, das ist schon nice. Ja, das war es auch schon mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen über Vorschläge, wenn ihr was sehen wollt, lasst es mich einfach wissen. Ich bin da wie immer für alles offen und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.